Halbronn hält zusammen und hier ist unser Beitrag für euch. Bonjour Halbronn, mein Mann und ich führen das Café Passage La Petite France in der Hafenmarktpassage in Halbronn. Das ist eine französische Bäckerei mit Kaffee. Was wir jetzt alle brauchen ist Mousse au Chocolat und zwar selbst gemacht. Mousse au Chocolat ist ein französisches feines Schokoladen-Dessert und schmeckt très bien. Also probiert es aus. Ihr bekommt unser Originalrezept auf unserer Homepage www.cafépassage.de Au revoir.